hallo und herzlich willkommen zurück zu we were here zusammen mit hawk hallo und mir dr wolfsherz schön dass ihr wieder dabei seid wir freuen uns dass wir immer noch an diesem rätsel hängen wir haben die idee wir haben so ein bisschen gegrübelt und wir gucken jetzt mal diesmal geht hawk auf die brücke du schwebst für mich in der luft und machst was kniebeugen ja okay wie bückt man sich mit c nee steuerung steuerung ja ach so an und aus nicht nicht gedrückt halten wenn man sich bücken kann dann braucht man das bestimmt auch noch irgendwo für ja ja um irgendwo durch zu kommen ist es nicht zu glauben oder also hawk versteht immer alles absichtlich falsch schon bei den aufzügen ging es ja nur um hoch und runter holen und jetzt auch noch sowas wenn du mir die steil vorlagen dafür gibst also du regst ja meine gedanken damit an ich gebe es das ist ja wirklich sehr schön wo bist du eigentlich ja du stehst da unten schon bereit okay also hawk steht jetzt auf dem sternchen die reihenfolge haben wir noch aufgeschrieben vom letzten mal wir verbinden jetzt erstmal quasi bis zur abzweigung neu das heißt von stern muss der gute zu sonne die sonne ist schon da ich muss die sonne noch mal wegnehmen also pass auf jetzt ich bediene jetzt halt ne so sonne geht jetzt erstmal aus dem weg weil nach dem stern kommt sonne dann kommt mond und der mond ist das ding hier das heißt ja obwohl können wir eigentlich so machen ich stehe auf stern ne ja warte kurz ich hole ich hole eben hier den den doppelmond oder was das sein soll raus damit ich den später besser zur verfügung habe habe ich ja schon mal gesagt dass ich diese brücke hasse ja die folge hieß nicht umsonst brücke des todes wir hätten sie auch brücke des hasses nennen können ja wirklich so also sonne du kannst jetzt auf die brücke gehen und kannst bis zur sonne fortschreiten also ich stehe schon hier auf dingen ja du kannst bis zur sonne gehen jetzt kann ich nicht da kommt nichts hoch doch jetzt ich wollte gerade sagen müsste eigentlich da sein weil es ist schon es ist schon eingestellt jetzt kannst du vorgehen auf den mond wenn ich so und jetzt kommt ist die abzweigung schon drauf gekommen ja in der saturn ist das jetzt erstmal danach kommt euch genau genau wir müssen erst den saturn so jetzt haben wir den saturn jetzt so und jetzt bist jetzt stehst du auf der abzweigung richtig ja so jetzt jetzt gehe ich mal kurz raus hast du mal jetzt ich möchte mir das jetzt auch mal eben ansehen von hier schon alleine um zu sehen wie lustig das ist wenn du da gleich runter fällst hallo genau also ich könnte ich könnte jetzt nicht hinterher kommen wie man sieht ist das ding jetzt quasi unterbrochen aber hawk steht da sicher weil wie wir ja ganz sicher es sei denn ich mache jetzt einen fehler beim einstellen genau wink mal schön so solange wir zwei brückenelemente miteinander verbunden lassen stürzt das ding nämlich nicht ab wieso ist jetzt die andere brücke runtergefahren ah die kommt wieder okay wahrscheinlich weil ich hier draufstehe ja okay ich würde dir raten so zu stehen dass das zusammen bleibt weil ich weiß nicht wie das ja gut es wird schon irgendwie gut gehen jetzt musst du mir mal sagen ich würde sagen geh mal den rechten weg wo die sterne stehen ne der wirbel gerne ist in der mitte wirbel ist links wirbel ist links dann geh mal rechts zum meteor rechts weil der meteor hängt ja schon an den sternen dran das passt schon irgendwie ja ich bin runterfallen wie wieso ja weiß ich nicht ich bin auf dem meteor und dann ist das ding alle der ganze bumm ist eingestürzt ich habe gar nichts verändert hier ich habe nichts verändern ernsthaft jetzt ich war nicht mal im bedienungsmodus ja weil irgendwas einfach einstellen wahrscheinlich darf ich nicht auf dem meteorit war der meteorit denn da überhaupt dran ne der war der war noch nicht dran du solltest ja auch nicht auf das feld gehen sondern nur ja entschuldige ich meine dass wir den rechten also noch mal wie bei der sonne ja okay so pass auf wir machen das anders sonne jetzt kommt der mond geh auf den mond ja wenn ich so und jetzt gibt jetzt kannst du sterne und meteor nehmen richtig nein immer noch saturn und dann kommt erst die treppe so okay geh jetzt auf den saturn jetzt bin ich auch in saturn und jetzt jetzt kannst du du kannst jetzt auf die sterne gehen richtig ja das ist ja die treppe okay dann gehen wir auf die sterne was kommt jetzt dann als nächstes ja entweder dieser komische wirbel oder halt der meteorit okay stell dich auf den wirbel wirbel wir nehmen jetzt wirbel weil das passt gerade hier so was kommt als nächstes ich stehe auf dem wirbel okay bleibt da schön drauf stehen was passiert als nächstes was kommt als nächstes hoch ja nichts hier kommt nichts ja nichts also ich geh nochmal zurück wenn ich zurück gehe dann taucht der saturn wieder auf mach mal den saturn weg ja okay warte aber da steht alles wieder ein ja du musst du musst auf dem stern auf dem wirbel stehen bleiben ja ich stehe auf dem wirbel also ja hier ist nichts eingehakt und das ist ja jetzt blöd weil eigentlich müssten wir jetzt sehen was als nächstes hochkommen geh mal ein bisschen näher ran an den rand eigentlich müsste die nächste plattform hochfahren wenn ich zurück gehe dann fährt halt der saturn immer wieder hoch und hakt sich neu ein also wenn ich auf den stern gehe kommt einfach mal raus dann siehst du es ja ich glaube dir das ich glaube ich kann mir vorstellen wie das aussieht warte mal dann dann fahre ich jetzt den saturn mal kurz weg ich fahr den saturn weg dann fahren wir die sonne aus dem weg das holen wir hin und dann du stehst auf dem saturn ja warte mal auf dem wirbel stehst auf dem wirbel ich habe nur wirbel meteor oder sterne der stern geht wieder zurück wirbel ist auf der linken seite und der meteor auf der recht der meteor ist rechts okay pass auf dann machen wir das jetzt anders dann dann stell dich jetzt mal bitte auf den meteor ist für dir ganz sicher ja ich bin ganz sicher es gibt eine verbindung es kommt was hoch ah gut so was kommt drauf die zwei planeten ja okay bleib so stehen jetzt ist der meteor eingehakt okay so jetzt jetzt müsstest du jetzt kann ich auf den planeten geh auf die auf den doppelplaneten genau ja wenn ich jetzt ist die treppe weg ja okay aber du du fällst nicht runter weil du bist noch verbunden mit dem anderen was ist der halbmond da der halbmond der halbmond ist die nächste plattform ehrlich ja dann geh drauf das ist ja hervorragend jetzt kommt sonne verdammt moment geh mal zurück auf den halbmond halbmond ich stehe jetzt auf den auf den doppel doppelmond ich sag ja doppelmond ja und dann geh zurück auf den meteor okay ja bin ich so bleib auf dem meteor stehen ähm du da bleib auf dem meteor stehen ganz wichtig die sonne war das was als nächstes kamen ne diese also nach dem meteorit kommen diese zwei monaten gerade das letzte wo du drauf gehen oder ja ja okay also halbmond sonne kommt dann noch so dass das 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 moment 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 ich äh du stehst auf dem meteor ja was war denn was war der nächste was was war der nächste der halbmond ne der doppelplanet so stell stell dich noch mal bitte auf den doppelplaneten ja bin ich was ist jetzt das nächste halbmond und nach dem halbmond die sonne richtig ja okay gut ich teebeutel solange die plattform so geh bitte zurück auf den doppelplaneten weil ich stehe auf den doppelplaneten okay alles klar geht zurück auf den meteor ja ich habe ein bisschen angst du stehst jetzt auf den auf dem meteor okay bleibt darauf stehen ja jetzt der doppelplanet ausgehakt oh mein gott warum ist dieses rätsel so wirklich richtig 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 blöd ich hab da nicht genug platz zum schieben müssen wir noch mal von vorne anfangen oder nee nee alles gut hier ich denke ich krieg's so sag ich vorher jetzt äh einen moment so du kannst jetzt auf den doppelplaneten ja und dann kommt der halbmond hoch hast du gesagt wie soll ich jetzt vorgehen ja auf den auf den doppelplaneten kannst du vorher okay ja jetzt kommt der mond richtig ja der ist auch eingangt so und der nächste ist die sonne richtig jetzt also ich jetzt rauf ja auf den halbmond jetzt kommt die sonne und ist eingangt okay dann kannst du auf die sonne gehen was kommt als nächstes bitte nichts nichts mehr ich bin drüber oh gott sei dank so was kannst du jetzt auf der anderen seite machen kannst du irgendwas machen damit ich diese diese tortur nicht auch noch mal durchmachen muss weil man gucken weil irgendwie muss ja auch noch überkommen ich dachte jetzt ich gehe einfach alleine weiter also ja ist okay wenn wir pech haben hast du drüben auch noch mal so eine kontrolltafel die brücke ist da ein glück ja ich bin eingesperrt jetzt toll hier sind wir schon wieder getrennt okay ja warte ich kann jetzt auf jeden fall über die brücke gehen die ist jetzt komplett da komplett eingehakt alles hallo du bist da oben sieht doch schick aus ich komme mal hoch zu dir total toll ich wurde nicht eingesperrt sind die wände hochgegangen ich denke ich kann dich wieder freilassen oder auch nicht auf der anderen seite sieht es genauso aus ja ich will nicht mehr hier ist auch kein schalter okay dann muss ich wahrscheinlich da unten zu der anderen tür aber da ist auch kein schalter ich habe die tür gedrückt und jetzt habe ich ein ladepark okay ich ich auch ich bin in die tür gegangen na gut leute wir haben diese brücke geschafft ist das super oder was jetzt höre ich das auch gott ich habe jetzt schon kaputt mehr liegen bücher auf dem boden mit nummern drauf ja und ich habe jetzt zettel an der wand mit nummern drauf und buchstaben ach du ich gehe kaputt warte mal lustige pfeile habe ich hier hast du das bunte leuchtende pfeile ja ne ich habe hier aber elemente nur was ich habe hier also ich denke mal dass die elemente darstellen soll feuer wasser erde und dann ist ein blitz halt okay aber die bücher die die liegen schon vor dir auf dem boden nein nein pass auf ich habe einen ganz anderen raum wie du ich komme rein in den raum ja pass auf im prinzip ist das ein eine kreuzung muss also wie so ein gang so ein schmaler gang wie ich so zwei zwei meter breit sodass ich habe eine kreuzung so in der kreuzung genau in der mitte habe ich eine drehplattform auf der drehplattform steht an pult wie so ein lesepult ja okay so und da habe ich dann so was ich hätte fast gesagt wie so ein feld wie wie bei mühle okay ich habe auch so ein feld da habe ich da links abc de stehen und okay steht eins zwei drei vier das habe ich auch auf dieser plattform aber ja da sind feile immer rechts rum und auf diesen feilen sind jetzt halt die elemente angezeigt unten ist feuer links ist erde oben blitz und dann ist rechts denke ich wasser okay und jetzt habe ich links in den gang und rechts in den gang jeweils zettel an der wand hängen okay und dann steht auf der linken zum beispiel habe ich jetzt auf der linken seite von oben nach unten also oben links sind angefangen 276 15 nach unten hin okay dann habe ich jeweils ein bindestrich hinter hinter den zahlen und dann steht da a3 e2 b4 c3 b3 alles klar und dann habe ich auf der anderen seite halt genau das gleiche mit den anderen zahlen also die bedientafel mit denen mit den buchstaben und den zahlen ich habe auch eine was hast du hast du da leuchtende punkte drin ja ich habe dreimal erde also blätter und einmal feuer und einmal blitz okay habe ich auch bei mir ist der blitz auf b1 ja ja da sind sie wahrscheinlich genau gleich bei uns ja warte mal jetzt hast du was bewegt jetzt habe ich hier noch einen weiteren blitz bekommen ich habe da was hingedrückt ich kann da was okay auf jeden fall super dass du schon mal wie blöd alles kriegst ich mache jetzt alles da ist ein roter weggegangen was passiert da ich habe einfach mal was gedrückt und die miteinander verbunden ach so du kannst die zwischenwege aktivieren oder was du auch das kann ich kann nur die dinger setzen ich kann hier diese teile ach so du kannst sie setzen und ich kann sie miteinander verbinden okay ich glaube es wäre gut wenn du die mal wieder zurücksetzt falls du das irgendwo kannst damit wir die ausgangssituation aber das ist ja jetzt völlig nein gibt's nicht ich mach mal alle weg ja weiß ich nicht ob das so gut ist ja es muss doch es muss doch es muss doch gehen das irgendwo zurückzusetzen nee ich habe hier kein kraftvernext also ich sehe es in der nex okay aber eine plattform nicht ja pass auf ich beschreibe dir jetzt mal was ich sehe vielleicht hilft uns das irgendwie weiter ich habe hier bei mir liegen bücher auf dem boden und auf den büchern sind leuchtenden nummern und die bücher haben zahlen von 1 bis 10 richtig von 1 bis 10 und die bücher haben sind umkreist von auch von seiner leuchtenden spur und es zeigt immer von jedem buch zeigt ein pfeil auf ein anderes buch zum beispiel zeigt ein pfeil von der vier auf die ich kann nur vermuten dass das die sechs ist oder die neun das ist natürlich warte mal beim buch ist ja eigentlich immer links der buch rücken hier ist der buch rücken da ist das die neun so dann zeigt es hier von der fünf auf die eins von der drei auf die zwei von der zehn auf die acht und von der neun ne von der sechs auf die sieben also du hast auf den büchern nur zahlen nur zahlen okay dann sind die bücher ja dann sind die bücher definitiv meine zahlen die ich an der wand habe ich habe bei hinter den zahlen habe ich dann immer a3 e2 und so weiter und das sind wahrscheinlich die koordinaten für die plattform dann okay es ist dann nur die frage welches element brauchen wir jeweils weil das hat ja auch irgendwas mit den elementen dann hier zu tun hast du da irgendwie was ich kann hier nicht ich kann hier durch so ein gitter schauen und da sehe ich eine tafel an der wand da ist so ein baumdiagramm oben ist irgendwie so ein fels und dann geht es runter o m oder null m o l pf von da verzweigt es sich jeweils weiter ist sagen die diese bezeichnung irgendwas o t p a f b p j es kann natürlich sein dass das ein roter hering ist ich glaube eher dass das für das nächste reizig was kann sein weil wir müssen jetzt im prinzip plattform füllen mit halt durch diese bücher die du auf dem boden hast also du musst jetzt zum beispiel sagen welche mit welchem welchen buch fängt das bei dir an hat das da irgendeine reinfolge nee nicht wirklich also also nee nicht wirklich wer denkt sich sowas aus nur die bücher also zb von fünf auf eins aber was was das jetzt bedeutet wie setzt man das jetzt um ja aber hast du denn nicht ein buch wo es anfängt weil du sagst ja da sind immer pfeile zwischen oder ja nee aber jedes hat ein oder ja im grunde fängt es bei der eins an ja aber nee es fängt nicht wirklich irgendwann also ein buch liegt am nächsten an der tür das ist die acht aber da geht kein pfeil von aus sondern da zeigt nur ein pfeil hin und zwar von der zehn zeigt es auf die acht und die acht liegt hier halt direkt neben mir wenn ich reinkomme 10 10 ist b3 und die acht ist e1 aha warte mal ja warte mal warte noch mal die zehn und die acht zehn ist was warte 10 war 10 war b3 b3 okay pass auf dann dann mach mal bitte bei bei b3 so ein knüppel hin ja da ist ja schon da ist einer und was war der andere b3 b1 b1 dann macht beide da so jetzt kann ich die aber natürlich ich kann sie verbinden ja jetzt kann ich den hier den kann ich ändern ja dann in der den mal auf energie alles klar du kannst den linken nicht ändern ja alles klar dann ist es doch ganz einfach so dann ist das die erste verbindung hat sich irgendwas geändert bei dir jetzt mal also mach nochmal weg und werden ja ja warte okay vielleicht müssen wir alle machen erst lasst uns mal von der nächsten zahl gehen also wir haben jetzt von zehn auf acht gemacht lasst uns doch mal den nächsten machen von von sechs auf sieben b4 und e2 okay dann mach b4 und e2 an und e2 e2 ist ja kannst du die jetzt auch noch verbinden kann die verbinden aber die bewirken so natürlich nichts also kannst du den grünen kannst du ändern auch den auf b4 oder der ist fest wieder okay dann muss der wahrscheinlich auch wieder grün sein mach jetzt mal ja was hat das denn ich denke der muss grün sein einfach scheiße kannst du die noch mal verbinden auch so pass auf wir verbinden jetzt einfach weiter okay ich denke es wird sich irgendwie ergeben kann sein dass die gleich so verbunden werden müssen dass da noch eine andere linie zwischen passt weißt du was ich meine dass das wie so paar ich glaube wir müssen sie alle verbinden lassen es mal weiter verbinden wir haben jetzt den sechs auf sieben und wir haben den zehn auf acht dann lasst uns als nächstes den drei auf zwei machen b1 auf a3 b1 b1 ist ja einer da noch auf a3 auch so ein genau ja das kannst du mal nur ein verbinden ich weiß noch nicht moment ja es lässt sich nur einer verbinden okay kann das sein dass wir jetzt eine linie machen müssen verstehst du ich mein ja ich probiere mal was aus ne ich kann von dem jetzt nicht weitermachen ja wie von dem blitz kannst du nicht weitergehen halt ja ich kann angenommen ich würde jetzt eine linie weiter bauen wollen also ja pass auf ich verbinde mal die beiden die wir hier gerade hatten also so und du meinst jetzt ich sollte dann auf den nächsten gehen das geht nicht ja und kannst jetzt von dem grünblatt zu dem grünblatt gehen die du schon verbunden hast das meine ich nee nee das geht nicht was ist das so eine scheiße ja das ist eine gute frage unsere erste vermutung wahrscheinlich falsch aber was hat es denn auch dann mit meiner drehscheibe hier unten auf sich weil ich habe ja hier unten auf der plattform wo ich stehe wo das pult ist habe ich ja auch die drehscheibe glaube ich sowieso aussieht und da sind halt pfeile rechts rum halt ja rechts rum okay ach warte mal was war das erste 10 nev doch von 10 auf ja von 10 auf 8 also b3 auf e1 warte mal b3 b3 auf e1 so warte mal jetzt lass mich mal kurz gucken b3 b3 ist e1 ist vorgegeben okay warte mal kannst du jetzt b3 auf e1 verbinden ah dann ist die angabe der pfeile bei dir wahrscheinlich auch noch entscheidend alter schwede ja gut okay ist doch prima ich kann ja es ist immer gleich du hast zum beispiel feuer schlägt erde erde schlägt blitz blitz schlägt wasser und dann wasser halt feuer wieder und dann hast du immer den kreis auch und so müssen wir das jetzt wahrscheinlich alles verbinden alles klar verstehe ja verstehe so pass auf nächste zahl war 6 auf 7 6 ja aber so 6 auf 7 also b4 oh ist ja b4 b4 e2 warte b4 ist der grüne e2 ist dann der hier äh äh wir haben da vorhin was anderes gehabt von 6 auf 7 warte jetzt gucke ich nochmal nach äh von 6 auf 7 ja ja dann sind wir doch da mittendrin ja und jetzt pass auf jetzt kommt das kannst du den roten wegmachen auf d2 warte mal b d2 kannst du den wegmachen ne der ist fest der ist fest okay dann äh werde ich die linie wahrscheinlich anders bauen müssen und wahrscheinlich irgendwie so verstehst du e2 ja ja so wie müssen wir den nächsten verbinden jetzt das war der hier ne b4 auf e2 warte äh erde schlägt warte mal wo bin ich denn das war erde der war fix das muss ein blitz sein warte 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 mach ich anders ok lass uns erst lass uns die nächste zahl machen und wir verlegen die linie dann wo es nötig ist ok ja ja du hast die nummer nicht kann dir nichts machen ohne dich von 3 auf 2 ist der nächste äh b1 auf a3 b1 auf a3 ja ok das ist ja super einfach äh blitz schlägt wasser genau ok so nächster ist von 5 auf 1 c3 d2 perfekt c3 auf d2 achso da äh feuer schlägt wasser wasser ne ne erde aber es war blau es war richtig ja ne es ist nicht weil hier ist feuer grün ne ne das war schon richtig du hast gesagt d2 auf also feuer d2 egal mach wieder wasser es war ja blau es war ja also richtig es ist ja richtig also ja dann ist es warte mal dann ist es falsch rum gewesen dann ist es b3 also ne ja andersrum ja alles klar passt ok gut so und jetzt kommt der letzte und das ist die ähm die 4 auf die 9 ja e5 äh e5 a4 er passt oh gottseidank äh von blatt auf blitz oh super wir haben mal was geschafft echt jetzt haben wir schon zwei Rätsel gelöst jetzt machen wir mal eine Pause wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen hoffen dass es euch gefallen hat und sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn ihr mögt bis dahin alles Gute bleibt gesund ciao ciao